Kärcher blickt 2018 auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Wir konnten trotz einem schwierigen Marktumfeld in der Weltwirtschaft und in der Branche einen neuen Umsatzrekord erzielen von 2,525 Milliarden Euro, was einem Wachstum von einem Prozent entspricht, beziehungsweise Wechselkurs- und Sondereffektsbereinigt sogar um 5,5 Prozent. Dieser Erfolg ist auf den großen Einsatz unserer Mitarbeiter zurückzuführen. Wir haben 2018 über 700 neue Mitarbeiter eingestellt und haben erstmals die Mitarbeiterzahl von 13.000 Mitarbeitern weltweit erreicht. Der strategische Fokus 2018 lag auf Investitionen. Wir haben mehr als 100 Millionen Euro investiert in die Globalisierung. So sind wir jetzt in 70 Ländern auf der Erde mit eigenen Gesellschaften vertreten. Wir haben 100 neue Kärcher-Sender begründet, so haben wir jetzt mehr als 700 dieser Kärcher-Sender auf der Welt. und wir haben neue Produkte investiert in die Akku-Plattform, die 2019 auf den Markt kommt und in die Digitalisierung. Wir werden die erste digitale Plattform mit Cleaning on Demand auf den Markt bringen und somit sind wir für die Zukunft gut gerüstet. und wir werden die Zukunft aufеноfern. Obtäck, screwed und했다. Be 안녕하세요.